Hallo und herzlich willkommen zum Physik Video über die schiefe Ebene. Ich werde dir in diesem Video alles Wichtige erklären, was du zum vollständigen Verständnis dieses Themas brauchst. Worum geht es bei der schiefen Ebene? Naja, ganz einfach. Hier haben wir eine nicht schiefe Ebene. Wenn wir die jetzt um den Winkel Alpha drehen, dann wird sie schief. Wie schief sie ist, hängt von dem Winkel Alpha ab. Jetzt lassen wir noch die Ebene irgendetwas herunterrutschen. Zum Beispiel einen Kasten Bier mit der Masse M. Wie so oft vernachlässigen wir wieder jede Art von Reibung. Du wirst mir sicher zustimmen, dass die Kiste schneller die Ebene runterrutscht, je steiler die Ebene ist, also je größer der Winkel Alpha ist. Das Ziel in diesem Video ist exakt zu berechnen, wie schnell die Kiste da runterrutscht und wie stark sie beschleunigt wird. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und zum nächsten Mal!